Es gibt verschiedene andere Essenzen noch, die dein Herz unterstützen, in die Heilung zu kommen. Darüber hinaus geht es in dein Vertrauen, dass du das, was du vorher geheilt hast, dass es auch wirklich raus ist aus dir und die ganzen Vertrauensthemen, die dann als nächstes sich zeigen, auch gelöst werden dürfen. Dafür stehen dir auch einzigartige Essenzenrezeptoren aus dem Herzen der Erde zur Verfügung. Dann, wenn du das geschafft hast, endlich im Vertrauen zu sein, dein Herz geheilt zu haben, dann kommst du in deine Gedankengänge hinein. Die Gedanken dürfen sich lösen. Alles, was schwer sitzt, festsitzt, darf in eine ganz wunderschöne Schwingung kommen, ganz wunderschön in die Heilung. Und darüber hinaus darfst du endlich deinen Weg gehen. Ich war jetzt im Sommer in Andalusien, das war so kraftvoll, so einzigartig. Das Meer, diese tosenden Wellen, ich wurde geführt von meinen Gaia-Geistführern, von der lichtblauen Flotte, die mit den Meereswesen zusammenarbeitet, ganz, ganz einzigartig unter die Meeresoberfläche, ganz tief unter das Meer, in wunderschönen Grotten, die verschiedenen Meeresgötter sind mit mir in Kontakt gekommen und haben mir diese zwei besonders wichtigen und einzigartigen Essenzen gegeben. Das ist nämlich einmal die Lichtwurzel, die dich anbindet an die Erde und es ist einmal Lichtgingo für ein Familienleben, was für dich jetzt leicht sein darf. Alles Alte, diese Fäden, die ihr vielleicht habt in den Familien, dürfen jetzt geschlossen werden. Diese alten Prozesse dürfen ausgelöst werden. Niemand sagt, dass du länger in diesem alten Dilemma drinstecken sollst wie deine Vorfahren. Niemand. Du allein hast es übernommen. Und das darf jetzt in die Lösung kommen.